Bisher haben wir uns ja neue Streaming-PCs angeguckt, also Zusammenstellungen für neue Streaming-PCs, die aber nicht dafür gedacht sind, auch gleichzeitig darauf zu zocken. Das heißt, heute werden wir uns dann auch endlich eine PC-Zusammenstellung ansehen, mit der ihr nicht nur streamen könnt, sondern auch gleichzeitig zocken könnt. Das Ganze wird ein 800 Euro Gaming Plus Streaming System. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal bei den Komponenten, die in diesem System verbaut sind. Ich habe euch das Ganze auch auf Guidesides mal zusammengestellt. Das heißt, unter dem Video findet ihr auch die Guidesides-Liste mit allen Links zu den einzelnen Komponenten. Das ganze System kostet roundabout 800 Euro. Da sind natürlich alle Komponenten drin, aber nicht der Zusammenbau bzw. weiteres Equipment. Nur der reine PC. Fangen wir erstmal bei der CPU an. Dort habe ich mich für einen AMD Ryzen 5 2600X entschieden. Das ist eine solide 6-Kern-CPU mit 12 Threads, die für die meisten Spiele eigentlich vollkommen ausreichend ist. Gepaart mit der Grafikkarte, die in diesem System verbaut wird, einer GeForce GTX 1660 Ti, habt ihr eigentlich ein super System, um zu zocken und gleichzeitig zu streamen. Warum ist das so? Weil wir A, eine CPU verbaut haben, die nicht bottleneckt, das heißt die Grafikkarte ausbremst bzw. bei Spielen schon bei 100% Auslastung ist und B, haben wir eine Grafikkarte, über die wir wunderbar nicht nur zocken können, sondern über den NV-Enc-Codec das Ganze auch streamen können. Vorteil bei der 1660 Ti ist, dass es eine Turing-Grafikkarte ist und die Turing-Grafikkarte, die hat den neuesten NV-Enc-Chip verbaut, das heißt bekommt auch die beste Qualität bei niedrigen Bitraten hin. Aber schauen wir uns mal weiter die Komponenten an. Als Speicherplatz nutzen wir hier eine NVMe SSD, also eine sehr, sehr schnelle SSD mit einem Terabyte. Das heißt nicht nur Windows wird schnell hochfahren, auch Programme starten super schnell und Spiele sind natürlich auch schnell geladen bzw. starten einfach unheimlich fix. Als Arbeitsspeicher setzen wir auf 16 Gigabyte DDR4 3000 CL16. Ja, 16 Gigabyte reichen eigentlich vollkommen aus zum Streamen und zum Zocken. Also für Spiele sowieso 16 Gigabyte. Ich kenne kaum Spiele, es sei denn ihr installiert irgendwelche sehr aufwändigen Mods, dann kann das sein, aber 16 Gigabyte für Spiele reichen. Und zum Streamen braucht ihr sowieso nicht so viel Arbeitsspeicher. Ihr könnt rechnen, dass selbst wenn ihr extrem viel einstellt in OBS, ihr vielleicht bei 4 Gigabyte Arbeitsspeicherauslastung rauskommt. Und das System ist natürlich auch so vorgesehen, dass ihr später noch zwei Riegel nachrüsten könntet. Dann hättet ihr 32 Gigabyte. Also das wäre gar kein Problem. Bei dem Mainboard setzen wir wie auch bei den Streaming PCs auf das MSI B450 Tomahawk Max. Das ist ein sehr solides Mainboard, nicht zu teuer, nicht zu günstig, hat genügend Anschlüsse, was ja für Streamer auch sehr, sehr wichtig ist. Und theoretisch könntet ihr an dem System, solltet ihr später auch weitere Konsole in euren Stream einbinden wollen oder Kameras oder, oder, oder noch Erweiterungskarten einbauen, die euch helfen, dann das ganze zu Captchern. Verbaut wird das ganze System in einem Schakun S1000. Das ist auch ein, ja, Budget-Gehäuse. Es ist aber vollkommen in Ordnung. Es hat sogar ein Sichtfenster, hat zwei Lüfter verbaut. Und für den Preis, was will man mehr? Natürlich könnt ihr euch auch ein anderes Gehäuse aussuchen. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr dann ein ATX-Gehäuse nehmt. Also ein Gehäuse, was den ATX-Formfaktor von Mainboards unterstützt. Da seid ihr an sich frei am drehen. Und als Netzteil kommt ein BeQuiet Pure Power 500 Watt in das System. 500 Watt sind für die Komponenten mehr als ausreichend. Ihr habt ein Gold-zertifiziertes Netzteil, also kein China-Böller. Also seid ihr auch für zukünftige Upgrades eigentlich gut gewappnet. Klar, solltet ihr irgendwann planen, vielleicht eine 3000er Grafikkarte einzubauen von Nvidia, dann könnte es mit den 500 Watt ein wenig knapp werden. Aber so ein schauen wir uns doch jetzt erstmal das Test-Setup an. Nutzen tue ich zwei Monitore an diesem PC. Einen 240-Hertz-Monitor mit 1080p, das wird der Gaming-Monitor und einen 4K-Monitor mit 60 Hertz. Darauf haben wir dann OBS Studio und weitere Programme geöffnet. Das heißt, wenn ihr in 1080p spielen wollt, wären die Komponenten auf jeden Fall ausreichend. Beginnen wir erstmal bei der Software, die wir nutzen. Und zwar ist das wieder das grundlegende Setup, was ich immer bei meinen Tests nutze. Das heißt, wir haben oben links einmal HW-Info. Dort können wir die Temperatur der CPU beachten. Dann haben wir den Task Manager. Dort habe ich dann immer die CPU-Auslastung, beziehungsweise in unserem Fall macht es sogar Sinn, hier auf GPU zu gehen. Dann können wir nämlich genau sehen, wie die Encoding-Auslastung sind und die 3D-Auslastung der Grafikkarte, was bei einem Single-PC-Setup, wenn es zu doll ausgelastet ist, gerade zu diesen ganzen FPS-Drops führen kann. Und als Streaming-Programm nutzen wir OBS Studio. Ganz einfacher Exkurs. Warum nutzen wir OBS Studio? OBS Studio hat eine Art Hidden Feature, welches euch ermöglicht, dass Windows sich darum kümmert, wie viele Ressourcen das Spiel bekommt und wie viele Ressourcen OBS bekommt. Hat man dieses Feature nicht, dann hat es meistens so ausgesehen. Windows hat gesehen, oh, eine Vollbild-Anwendung. Der zockt. Okay, die Anwendung kriegt alle meine Ressourcen. Und die anderen Programme sind mir egal. Was passiert in OBS? Die FPS? Runder. Hm, doof. Also dieses Hidden Feature, das nutzen wir bei OBS Studio. Ein paar mehr Infos zu diesem Hidden Feature habe ich auch schon in einem dedizierten Video gebracht. Das Ganze habe ich euch einmal oben rechts in der Infobox verlinkt. Dort einfach mal reinschauen. Da ist auch erklärt, wie man das einstellt und nutzt. In OBS Studio selber haben wir einen Facecam-Rahmen, der ist animiert. Wir haben eine Logitech C920 als Facecam und wir benutzen die Spielaufnahme für eine beliebige Vollbild-Anwendung, um das Spiel zu capturen. Also ein ziemliches Standard-Setup, aber schon mit animiertem Overlay. Somit ist das auch realitätsnah. Schauen wir uns dann einmal die Einstellungen in OBS Studio an. Dafür gehen wir hier unten rechts auf Einstellungen, dann auf Video und dort würde ich euch empfehlen, mit einer Basis-Leinwand von 1080p zu arbeiten. Als skalierte Ausgabeauflösung werde ich jetzt hier auch 1080p nehmen. Die ganzen anderen niedrigeren Auflösungen werde ich jetzt nicht testen. Wenn es in den hohen Auflösungen klappt, dann klappt es auch in den niedrigen. Landschoss als Skalierungsfilter und FPS 60. Aus die Maus. Dann gehen wir einmal auf Ausgabe und hier wird es nun interessant. Bei der Ausgabe gehen wir definitiv über NVENG New. Das heißt Ausgabenmodus auf erweitert. Dann bei Streaming einmal den Encoder auf NVENG New stellen. Das ist der neuere NVENG Encoder. Gut, den alten gibt es mittlerweile auch gar nicht in OBS Studio mehr. Und der funktioniert halt richtig gut, wenn man über die gleiche Grafikkarte streamt, über die man auch zockt. Dann kann man nämlich bei ziemlich niedrigen Bitraten eine mega gute Qualität hinbekommen. Encoder-Einstellungen des Streaming-Dienstes erzwingend nehmen wir raus. CBR, konstante Bitrate. Und die Bitrate, die stellen wir auf 6000. Also die offizielle maximale Bitrate von Twitch. Dann einmal hier das Ganze auf einen Keyframe-Intervall von zwei Stellen. Dann die Voreinstellung machen wir auf maximale Qualität, Profil High und wir nutzen Psycho Visual Tuning. Look ahead aus. Psycho Visual einfach aus dem Grund, weil wir hier schnellere Spiele testen wollen, also wirklich grafikaufwendigere Spiele. Und Psycho Visual Tuning sorgt dafür, dass schnelle Bereiche im Bild vom Encoder mehr bearbeitet werden, also mehr Aufmerksamkeit bekommen und dadurch gerade bei schnellen Bewegungen das Verpixeln, was man sonst kennt, eher nicht so stark wird. GPU 0, ja, unsere Grafikkarte und Max B-Frames 2. Holla die Waldfee. Einmal auf Übernehmen, okay. Kommen wir einmal zu den Spielen, die ich vorbereitet habe. Und zwar werden wir uns einmal Call of Duty Warzone angucken. Eigentlich so der Streaming-Killer. Schlecht hin, durch diese schlechte Optimierung. Aber kann man trotzdem wunderbar streamen. Das werde ich euch einmal zeigen. Dann werde ich euch zeigen Assassin's Creed Valhalla, was ja auch ziemlich neu ist, auch ziemlich, ja, sage ich mal, rechenintensiv. Und da können wir auch mal schauen, wie das System dort abschneidet. Und als letztes werden wir uns dann eher eine Art Toaster-Test angucken, nämlich Valorant. Valorant kennt bestimmt auch fast jeder, ist auch ein Shooter und der ist nicht so leistungshungrig. Das heißt, da können wir auch mal eine Art Toaster-Test noch zum Ende machen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt als allererstes mit Call of Duty Warzone. Gut, schauen wir uns doch als allererstes mal die Einstellungen in Warzone an. Im Endeffekt mache ich das bei jedem Spiel gleich. Wir spielen das Spiel im exklusiven Vollbild. Die Bild-Wurderholfrequenz wird hier auf 240 Hertz gestellt. Keine Render-Skalierung, also Renderauflösung auf 100. Das heißt, gleiche Auflösung wie Monitor. Dann einmal weiter runter. Wir limitieren nicht die FPS. Das ist ja auch so ein gängiges Mittel, womit man dann Last von der Grafikkarte nehmen kann. Aber wie gesagt, ich möchte euch halt auch genau dieses Hidden Feature von OBS zeigen. Dann gehen wir mal weiter runter. Was ich hier auch gemacht habe, ist, dass man so ein bisschen Texturauflösung runternimmt, anastropische Filter. Also ein ganz wenig in den Details vom Spiel runtergehen. Macht auch Sinn. Die Grafikkarte hat 6 GB Grafikspeicher und bei Spielen wie Warzone kann dann auch der Grafikspeicher volllaufen. Ja, das wäre jetzt nicht allzu schlimm. Es würde halt dafür sorgen, dass ihr FPS-Drops bekommt im Spiel, was ihr ja nicht wollt. Und mal Buddha bei die Fische. Wer spielt Warzone schon komplett auf Ultradetails? Hm, kenne keinen. Gut, ich würde sagen, wir düsen einfach mal in eine Runde Warzone. Boah, dauert das ewig, eine Lobby zu finden. Direkt in Warzone angekommen, starten wir auch den Stream in OBS. Das Ganze seht ihr. Stream startet, Stream läuft. Wir schauen einmal, die FPS Ingame liegen bei über 70, gehen teilweise auf 60 runter. Ist aber absolut flüssig spielbar. Und das wollen wir ja eigentlich auch. Und vielleicht auch mal treffen. Aber das kann ich nicht. Die Auslastung des Systems ist im Endeffekt vollkommen in Ordnung. Die Grafikkarte ist nicht voll ausgelastet. Die CPU liegt bei um die 70%. Arbeitsspeicher habe ich euch ja gesagt. Auch hier reicht es vollkommen aus. Wir sind bei einem wenig mehr als 10 GB Arbeitsspeicher. Und ausschlaggebend ist eigentlich, was wir im Statistiken-Doc bei OBS sehen. Und dort seht ihr, dass wir die durchschnittliche Framerenderzeit auf 1,6 Millisekunden haben. Solange das unter 5 Millisekunden ist und die FPS nicht droppen in OBS, ist alles wunderbar. Das heißt, der PC kann uns ein flüssiges mit über 60 FPS Gameplay in 1080p liefern und kann gleichzeitig das Ganze auch in 1080p streamen, ohne dass wir irgendwelche Probleme bekommen. Gut, wer dann vielleicht in-game mehr FPS haben möchte, der kann natürlich die ganzen In-Game-Details runterschrauben. Umso mehr FPS bekommt ihr auch in dem Spiel, ist natürlich klar. Aber dass ihr hier jetzt einen 240-Hertz-Monitor voll befeuern könnt mit einem 800-Euro-PC und gleichzeitig streamen, dass das nicht unbedingt möglich ist, das sollte euch auch klar sein. Aber wartet nochmal ab. Wir haben ja auch noch andere Spiele. Ich möchte noch einmal hier im Anflug das Ganze mit euch testen. Wir waren ja eben nur im Startgebiet in der Lobby. Und hier seht ihr auch, dass gerade das, was bei Warzone eigentlich Killer-Feature ist, nämlich das Rausspringen aus dem Flugzeug, wo man die ganze Map sieht, da droppen normalerweise die FPS extrem und hier sind wir trotzdem bei fast immer 70 FPS. Wir haben auch keine übersprungenen Frames. Also ihr seht ausgelassene Frames in der Renderverzögerung. Wer jetzt da meckert, das kommt davon, wenn man ein Spiel startet, dann werden kurz Frames verworfen. Das ist aber ganz normal. Also das läuft ohne Probleme. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt mal weiter zum nächsten Spiel, nämlich Assassin's Creed Valhalla. So und da sind wir auch schon in Assassin's Creed Valhalla. Mir war es ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, in den Einstellungen von Assassin's Creed Valhalla haben wir das Ganze natürlich auch auf Vollbild. 1080p. Wir haben generell die Grafikoptionen auf Mittel gestellt und bekommen damit eigentlich unsere 60 FPS. Also aktuell haben wir den Stream noch nicht gestartet. Wir sind aber hier immer flüssig um die 60 FPS. Teilweise geht es sogar höher. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall schon flüssig zocken. Alles ab 60 FPS ist meines Erachtens nach flüssiges Zocken und funktioniert wunderbar. Wenn wir den Stream nun mal starten, dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal in OBS ansehen. Das heißt, die FPS bleiben auch in OBS ohne Probleme konstant. Die durchschnittliche Framerenderzeit, die liegt bei 1,6, 1,1 Millisekunden, also auch ohne Probleme. Die Auslastung unseres Systems, ja ihr seht, hier ist definitiv die Grafikkarte am Limit und das Problem, die CPU hat noch genug Saft, aber wir können in Ruhe 60 FPS flüssig spielen und streamen, ohne dass irgendwas kaputt geht oder verloren geht. Also die Frames, ne? Ich würde aber sagen, was wir uns zum Schluss nochmal angucken, wäre nun der Toaster-Test. Also für die E-Sportler unter euch, die gerne ein günstiges Gaming plus Streaming-System haben wollen für CSGO, für Rainbow Six Siege, für Valorant. Also einmal rüber zu Valorant. So, und da sind wir auch schon in Valorant, unserem Toaster-Test und hier seht ihr nun, wir haben das gleiche eigentlich gemacht, wie auch in den anderen Spielen. Wir haben das Ganze im Vollbild gestellt, 1080p, FPS nicht begrenzt und wir bekommen in diesem Spiel an die 300 FPS. Das heißt, wir können so ein 240-Hertz-Monitor hier volle Möhre beballern und wirklich ausnutzen. Das heißt, E-Sports-Titel richtig geil zocken und wenn ihr euch dann mal die Auslastung des Systems anschaut, die Grafikkarte liegt bei um die 50 Prozent. Wir haben eine CPU-Auslastung von um die 50 Prozent. OBS meckert halt mal überhaupt nicht. 0,6 Millisekunden Frame-Renderzeit und wenn wir nun mal den Stream starten, dann ändert sich da auch nicht viel. Wir haben hier teilweise Bereiche, wo wir über 300 FPS gehen, sogar Richtung 400 FPS. Also da sieht man dann halt gerade bei solchen Toaster-Tests, ob das System ausgewogen ist. Und das ist hier sehr ausgewogen und sehr aufeinander abgestimmt. Also wenn das mal nicht mehr als flüssig zockbar ist, dann weiß ich auch nicht. Also was wir jetzt abschließend gemacht haben, wir haben uns halt drei verschiedene Spiele angeguckt. Alle in 1080p spielen und ihr merkt, dass wir bei sehr aufwendigen und unoptimierten Spielen wunderbar 60 FPS flüssig zocken können. Warzone war da ein gutes Beispiel mit sehr großen Welten. Das ist immer schwierig für so Systeme. Dann haben wir uns angeschaut Assassin's Creed Valhalla und das ist ja wohl der, sagen wir mal, Hardware schlechter ohnehin. Denn Valhalla, das richtig flüssig zu spielen mit angenehmen FPS-Werten ist gar nicht so einfach, aber auch das schafft das System ohne Probleme. Singleplayer-Spieler können also mit diesem System auch wunderbar zocken und streamen. Und dann haben wir uns nochmal einen Toaster-Test angeschaut. Also im E-Sports-Bereich Valorant genommen und da seht ihr, dass wir sogar einen 240-Hertz-Monitor befeuern könnten, während wir gleichzeitig streamen. Wir könnten jetzt natürlich noch weitere Spiele testen, aber meines Erachtens nach sind das drei gut sortierte Spiele, die das Ganze mal wirklich abstecken und zeigen. Und damit sind wir dann auch jetzt am Ende dieses Videos. Nochmal zum Abschluss, wie gesagt, alle Teile, die verwendet werden in diesem System, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch auch einen Link dort eingefügt. Solltet ihr das erste Mal einen PC selber zusammenbauen, dann findet ihr das Ganze dort auch, wie das funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Ciao, ciao!